Die Filmanalyse Ein Film all das Geschwätz, erklärt all die dollen Thesen über die Nicht-Zukunft des Kinos für obsolet. Viktoria von Sebastian Schipper ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinofilm. Man kann diesen Film nicht unterbrechen, man kann sein Format nicht beliebig verkleinern und man kann diesen Film nicht einfach nebenher schauen. Das Kino ist ja ein dunkler Raum, den man betritt und den man nach einer gewissen Zeit wieder verlässt. Wie man in einen Raum eintritt, so tritt man auch in Sebastian Schippers Film ein, nur knallt sofort hinter einem die Tür zu. Man kommt nicht mehr hinaus, aber man will auch nicht mehr hinaus. Das ist einem schon nach wenigen Minuten klar. Alle Skepsis handelt es sich hier wieder um so einen dämlichen Berlin-Film, um eine Mit-20er-Nabelschau, um eine Authentizität vorgaukelnde Wackelkamera-Ästhetik, um Improvisationstheater als Gruppentherapie. Alle Zweifel lösen sich auf, all das spielt keine Rolle mehr. Man merkt plötzlich, dass man hier etwas Großes, etwas Einmaliges erleben wird. Für Momente wird man immer wieder es mit der Angst zu tun bekommen. Hält er das wirklich durch, dieser Film? Denn solch ein Film kann ja nur grandios glücken oder grandios scheitern. Zumal einem auch sehr schnell klar wird, dass es hier um mehr geht als um die Frage, ist es ein guter oder ein schlechter Film. Es geht hier um das Ganze, um das Kino. Und Viktoria glückt vollkommen. Wie jedes wahre Kunstwerk verhandelt auch Viktoria grundsätzliche, die Form betreffende Fragen. So viele Referenzen einem zu Viktoria einfallen, man vergisst all diese Referenzen wieder. Denn hier wird der Film neu gedacht und er zeigt natürlich auch die ganze Kläglichkeit von Birdman. Viktoria hat keinen einzigen Schnitt. Das Ganze ist one take, 140 Minuten lang. Dreimal wurde gedreht, beim dritten Mal war der Regisseur dann zufrieden. Viktoria liegt auch nur ein Treatment zugrunde. Also die Rahmenhandlung ist klar, der Rest wurde während der dreimonatigen Proben entwickelt und sehr viel im Film ist improvisiert. Die Handlung hat etwas von einer Novelle und damit meine ich nicht so sehr die Stringenz. Die gibt es auch und zugleich gibt es eine große Offenheit in der Erzählung, sondern weil wir es hier mit einer unerhörten Begebenheit zu tun haben, die sich vor unseren Augen ereignet. Viktoria ist eine in Berlin gestrandete Spanierin, deren Traum von einer Karriere als Konzertpianistin zerplatzt ist. So erfahren wir etwas später. Viktoria verlässt in der Nacht einen Club in Berlin und will sich eigentlich nur noch ein paar Stunden in dem Café laden, in dem sie Jobs schlafen legen, um dann den Laden zu öffnen. Sie trifft aber am Ausgang des Clubs auf vier echte Berliner, wie es immer heißt, die sich Sonne, Boxer, Blinker und Fuß nennen. Die Jungs mit krimineller Vergangenheit, die bei aller Derbheit ein ungeheures Feingefühl haben, einen Herzensadel besitzen und eigentlich nur ein bisschen den Geburtstag von Fuß feiern wollen, überreden Viktoria, mit ihnen zu gehen. Sie werden, weil Boxer in der Schulter eines Obergangsters steht, eine Bank ausrauben. Sie werden feiern, sie werden lieben. Der Film erhält seine enorme Spannung dabei durch drei Faktoren. Zum einen gibt es da diesen spannenden Krimi-Plot, bei dem man wirklich mitfiebert. Dann gibt es diese virtuose Kameraarbeit, die einen mitreißt. Und durch das Abarbeiten an den Film-Traditionen, überhaupt an der Form des Films, bekommen wir nochmal eine enorme Spannung, wie sie viel zu selten im Kino geworden ist. Der spannende Krimi-Plot lebt von seinen Zwischentönen, die wir den grandiosen Schauspielern verdanken. Die machen hier etwas, was wir so wirklich noch nicht auf der Leinwand gesehen haben. Das erinnert auch nicht mehr an die frühen Cassavetes-Filme, das ist etwas ganz anderes. Und wir haben hier es mit einer hohen Sensibilität des Regisseurs zu tun, niemals in die Tatort-Logik bei dem ganzen Plot zu verfallen. Die Kamera, die uns Zuschauer durch diese Nacht zieht, rhythmisiert die Geschichte. Sie ist etwas sehr Lebendiges. Man meint geradezu, die Kamera atmet. Mal atmet sie hektisch, mal wie befreit, mal ist sie außer Atem und mal hält diese Kamera die Luft an. Das hat einen ganz merkwürdigen Effekt. Dadurch, dass es keinen Schnitt gibt, der irgendetwas unterbricht, also wir haben keine Montage, vergisst man irgendwie kein Bild. Also man hat wirklich nach dem Film den Eindruck, man hat diesen ganzen Film in sich aufgesogen. Und da ist der Kameramann zu nennen, Sturla Brandt-Krovlin, der auch im Abspann als erstes erscheint und das vollkommen zu Recht. Godard, Cassavetes, Gangsterfilme, Romanzen, Filme des Realismus. Die Liste ließe sich unendlich verlängern. Schipper weiß, was künstlerischer Fortschritt bedeutet, nämlich aus der Tradition heraus etwas Neues zu schaffen. Dabei sehen wir Figuren, die uns eigenartig berühren, denn eigentlich hätten wir mit diesen Jungs doch niemals wirklich etwas zu tun. Wir wissen von der Vergangenheit der Figuren kaum etwas. Hier wird nicht platt psychologisiert. Sie sind, was wir von ihnen auf der Leinwand sehen. Sie sind ihre Handlungen, ihre Worte, ihre Küsse, ihr Lachen, ihre Panik und ihre Beziehungen untereinander. Sie sind, was sich im Momentum zeigt. Victorias Zerbrechlichkeit, ihre Bereitschaft, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, ist nicht der Ausdruck einer Passivität. Die Lust, sich verführen zu lassen und die Hoffnung auf ein bisschen Glück, ist hier gepaart mit einer, nomen est omen, erstaunlichen Stärke und einer Entscheidungsgewalt von höchster Souveränität. Victoria erweist sich als Kopf-, Tat- und Herzensmensch. Was für Victoria gilt, gilt auch für den Film. Es ist ein Kopffilm, insofern, dass er hochreflexiv ist. Allein die Kamera ist mal, wie in der Nouvelle Vague, Selbstthema. Dann wieder scheint sie wie unsichtbar. Aus Hollywoodfilmen kennt man das. Sie spielt mit Subjektivität, Objektivität und auch dem Nicht-Zeigen. Es ist ein Tatfilm, weil es sich bei dieser spannenden Handlung wirklich um Ereignisse handelt. Hier ist die Aktion im Vordergrund, die einen unglaublich fasziniert. Und es ist ein Herzensfilm, der in aller Zartheit und wunderbar poetisch Liebe auf der Leinwand entstehen lässt. Victoria gehört zu dem, was der Filmwissenschaftler Oliver Fahle Deleuze weiterdenkend einen Film der zweiten Moderne nennen würde. In seinem Buch Bilder der zweiten Moderne schreibt Fahle Der klassische Film agierte vorrangig im Modus der filmischen Narration, des Aktionsbildes. Der moderne Film dagegen produzierte Zustände filmischer Selbstreflexivität, die als Zeitbilder bezeichnet werden können. Der postmoderne Film stellt einen mächtigen Versuch dar, diese Unvereinbarkeiten zwischen klassischer und moderner Form zu beseitigen und beide zusammenzubringen. Diese Konfrontation und Zusammenführung zwischen Aktions- und Zeitbild gelingt aber erst in den Filmen, die über die Postmoderne hinausreichen und daher eine zweite Moderne begründen. Wir denken tatsächlich über das Zeitbild und das Aktionsbild nach diesem Film noch einmal völlig neu nach. Victoria ist also kein Zurück zu und auch kein Vergessen wir die Tradition. Sebastian Schipper ist durch alles hindurchgegangen, nur dadurch wird man künstlerisch frei und man produziert dadurch wirklich reinstes Kino. Zufälliges und Festgelegtes, also Improvisiertes und eben der klare Plot kommen hier zusammen. Wir haben eine Linearität der Geschichte, aber gleichzeitig gibt es ganz viele Beiläufigkeiten. Wir haben eine große Offenheit trotz dieser Geschlossenheit und das spricht ja auch letztlich für das Kino. Wir sind zwar in einem geschlossenen Raum, aber auf der Leinwand, da bietet sich uns immer unglaublich viel Offenheit. Ich stimme den vielen Kritikern zu, die sagten, Victoria wird für uns das sein, was für die 60er Jahre Goddards außer Atem war. Doch damals hatte das Kino einen anderen Stellenwert und es wäre nun an der Zeit, dass das Kino diesen Stellenwert wieder bekommt. Daher mein Appell an die Zuschauer, schauen Sie sich diesen Film im Kino an und mein Appell an die Kinobetreiber, zeigen Sie diesen Film. Wer diesen Film als Kinobetreiber nicht zeigt, der versündigt sich am Kino. Wenn man nach dem Abspann das Kino verlässt, dann pulsiert es noch in einem. Man zittert, man ist aufgekratzt und man fragt sich, was war das? Ja, so fühlt es sich an, wenn man nicht nur schaut, sondern auch sieht. Ja, so fühlt es sich an, wenn man nicht nur schaut, sondern auch sieht. Vielen Dank. Vielen Dank.